Hey und willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online heute zusammen mit Maudado, Zombay und der Spalette. Bewerte den Part und wie immer viel Spaß. Oh Gott, warum habe ich mich gestern? Hilfe! Zombay, bitte rette mich! Ne, tu nichts, tu nichts. Das ist der Lauf der Natur, der hier geschieht. Maudado killt mich einfach die ganze Zeit. Hat der gerade auf dich gespuckt? Nicht nur auf die Freundschaft, sondern jetzt auch noch auf mich. Nein! Weg mit dir! Also hier bricht gerade die Hölle scheinbar aus. Ich stehe einfach rum und versuche irgendein... Oh Gott! Was passiert denn hier? Was macht denn Maudado? Da willst du etwa Zombay etwas antun? Ich will die Glocke aktivieren. Oh! Was ist denn los? Glocke aktiviert. Gott, Maudados Leiche hat mich gerade umgeworfen. Parlele! Hey! Hey! Was willst du, du Loser? Ja, komm drauf! Okay. Was willst du losern? Erst mal hinten drauf gehen. Oh nein. Maudado! Maudado, nicht unverspielen! Okay, dann lass ich. Hä? Parlele? Warum hast du das wieder? Das weiß ich nicht. Achso, war Zombay, ne? Ja. Das machst du da! Alter, wie einfach... Ich verteidige euch! Danke. Danke sehr, sehr nett. Geh mal auf Maudado, der hinten auf uns bellert. Ich mach nichts mehr, ich bin jetzt nett. Echt? Boah! Ich hab keine Raketen mehr. Oh, schade. Dann bist du nutzlos. Ja. Ja. Alter. Hä? Wo ist denn meine... Wo ist denn Maudado? Ach, da hinten. Ich bin jetzt nett. Achso. Echt jetzt? Ich bin der netteste Mensch der Welt. Ja, wie immer, ne? Was ist das da? Alter. Alter. Der Netteste. Hallo, ich bin der Netteste! Alter, wie er einfach wegkriegt! Der Netteste! Der Netteste! Alter, ich geb dem Zehmer eine mit und ihm passiert nichts. Da, da ist der Truck. Ah, hier ist der Truck. Okay, Aufgabe, Leute. Aufsprengen. Einmal im Team spielen. Okay, jetzt plötzlich. Jetzt plötzlich. Oh, Piz, Hilfe! Die Bullen! Scheiße! Fahr ab! Ja, ich fahr. Aber ich hab nix, was ich hier benutzen kann. Oh, was? Alter! Alter, Junge, ich hab mit meinem Gesicht den Bordstein geküsst. Hier. Ey, lass doch mein Auto in Ruhe! Lass ich doch. Ja, jetzt müssen wir es umdrehen. Ja, warte. Au! Äh, hab ich dir wehgetan? Ja, Alter! Hier, da einfach reingeht. Dann go. Okay. Einmal rein und jetzt ab zum Druck. Okay. Oh, da ist Polizei. Pass auf. Die Ware ist... Da! Hab ihn! Oh Gott! Du hast die Ware fast kaputt gemacht. Ach so, ja, wollte ich eigentlich nicht. Ich hab die nicht... Ey! Oh Gott! Was ist der mit... Der ist krank. Ich bin wieder da. Nein! Warte, warte. Bin mit. Ey! Warte noch! Du bist so ein... Ich schnapp mir die Ware. Komm, Audado, komm rein! Okay, ich komm rein. Ich schnapp uns die Ware. Alter, was ist das für ein schickes Auto? Komm, los, 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 los! Der hat mich jemanden umgebracht. Der hasst mich! Oh Gott! Keiner kriegt die Ware! Das Ding ist sogar nicht kaputt. Und dein Auto auch noch... Was? Nein, das Ding ist noch da. Wir sind nur beide draufgegangen. Ja, wir sind nur kaputt. Jetzt bin ich hier hinterm Zaun. Und ich bin... Warte mal, irgendwo auf so einer Autobahn aufgefahren. Ey, ich bin gefangen. Ich wurde eingezäunt. Äh, zahm, ey, nimmst du mich mit? Aber ohne zu... Ja! Das seh ich gar nicht ein. Warum? Das Ding bringe ich in meine Garage. Warum? Oh, scheiße, Leute, ich brauch ein bisschen Support. Genau, jetzt will er Support. Hallo! Na, komm rein! Ja, darf ich rein nicht? Oder willst du fahren? Nee, nee, ich will einfach nur mitfahren. Oh Gott. Lauf, lauf! Er will mich abstechen! Nein! Nein! Der hat gestochen! Los, fahr du, Manu, fahr du! Ja, die Leiche ist im Weg! Das ist deine Ware! Ich, ich, setz mich nicht. Ah, jetzt. Danke. Ich hab meine Ware. Warum werde ich angeschossen? Ich hab die Gangster gesprengt. Die waren doch schon tot. Ich hab die Gangster gesprengt. Leute, ich bin falsch. Die Gangster sind tot. Ah, ich berichte dich. Was ist mit meinen Reifen passiert? Hallo. Hallo? Gott, das sind Schüsse. Die fliegen auf mich. Ich muss ausweichen. Oh! Wieso bin ich auf dem Zug? Warum brenne ich? Hallo? Was, du bist auf dem Zug gespawnt? Ich bin auf dem Zug. Ich fahr jetzt gleich an die vorbei, Manu. Hallo? Hallo? Oh, ich bin umgefallen. Bleib ruhig da. Hey! Ich bin auch da. Zug, Falke. Nein, nein, ich falle. Ah, Spumpe! Ich falle. Ich bin gesprungen wieder da. Oh, jetzt bin ich immer runter. Nice, der Prank. Hier ist noch ein Wagen, bin wieder drauf. Oh! Hä? Hi! Hi. Netter Try. Warum laufen da Menschen auf den Schienen? Geh mal weg. Geh mal weg. Oh. Hey, Palette! Hey, wow! Alles modado. Hallo. Oh. Finde du das Auto. Ja, danke. Hä? Hallo? Ey. Ich muss es wiederholen, um wieder hinzukommen. Aua. Du wirst abgestiegen. Hahahaha. Alles auf. Ja. Der war ja nice. Bist du noch drauf? Ja. Bei mir bist du runtergefallen. Nee. Du hast dich genau wieder draufgeworfen. Oh. Au. Nein. Komm, Palette. Komm drauf. Jetzt kannst du draufsteigen. Aua. Hör. Aua. Aua. Oh. Oh. Bitte. Oh. Nein, so bin ich. Ja. Ich bin noch drauf. Hallo. Hallo, Manu. Komm mit. Ja. Nicht da hochgehen. Das ist eigentlich gefährlich, aber ich mag es. Oh nein. Hilfe. Aua. Hallo, Manu. Wo bist du hin? Ich bin wieder unten. Aua. Bist du auch tot? Ja. Ja, ich bin in die Seidenschlucht gesprungen. Ja. Ja, ich bin nicht drauf. Hallo. Ey. Das ist doch dein Wagen. Du Mörder. Nee, mein Wagen liegt da. Oh. Alter, ich lebe. Nein. Hilfe. Alter, was machst du? Ich komm nicht drauf. Hilfe. Mann. Es ist. Hahahaha. Hilfe. Ich stehe fest. Du bist so talentiert. Hier. Danke. Ich helfe dir. Da. Oh, krass. Oh, du bist drauf. Nee, bin ich nicht. Och, Mann. Kann ich jetzt hier bitte drauf? Alle zum Ding. Haua. Ich komm wieder drauf. Fallung. Das ist so für den Körper aus Stahl, Mauder, der mich runterwirft. Mauder, der mich runterwirft. Mauder, der sich nicht durchtrainiert. Ganze Zeit ins Gym. Nein, ich weiß einfach. Oh, Mann. Komm wieder drauf. Hey, Jungs. Könnt ihr mich wieder aufziehen? Nein. Nein. Ich bin eingeschlafen. Da. Ja, ich hab ihn. Oh. Was denn? Hi. Hi. Bitte nicht. Nee, nee. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Keine Angst. Au. Was soll der? Ich hab so lange gebraucht. Er stimmt. Ich glaub, wir sollen uns hier oben nicht mehr töten. Sagt er, nachdem er zwei Leute umgebracht hat, wo der einziger noch oben ist. Wow. Das war einfach ein Unfall. Aua. Genau so. So mag ich's. Oh Gott. Ja, jetzt hoch. Aua. Ui. Hat er in deinem Fahrzeug? Aua. Ui. Ich bin tot. Und so hab mich Palette mal wieder umgebracht. Ich hab gar nichts gemacht. Ja. Ei, da bin ich. Wow. Au. Beide umgebracht. Nice, ein Doublekill. Danke. Du bist ein Gamer. Ich bin Gamer Gott. Das ist besser. Das fühlt sich sehr gut an. Wenn er gehört, ist Mörner hier irgendwo. Komm mit, ja. Hier vorne. Lass dir auch einen schubsen. Hallo. Macht Spaß. Mann. Jetzt bin ich nicht direkt. Also mit der Motorhäcke geht das gut. Ja, scheiße, ne? Ja, scheiße, ne? Lebst du noch? Warum wollen die Bullen mich? Hä? Aua. Oh Gott. Das ist jetzt doof. What happened? Oh Gott, ich wurde drunter gekickt und jetzt schießen mich die Bullen an. Nein, die Bullen rennen mir hinterher. Ha! Ah, das ist also Palette wieder. Wo hängst du denn, Palette? Tja, ich bin in Sicherheit. So würde ich es jetzt nicht nennen, aber es sieht schon lustig aus. Komm her, Waddle. Ja, wie lustig. Hab ich dich getroffen? Ja, hast du. Was? Alter, cooler Jump, Zombie. Danke. Oh, 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 ja. Das ist blöd gelaufen. Wie das passiert ist. Ich hab gerade so überlebt. Ich hab noch einen Millimeter HP. Du musst dich nur berühren und ich bin tot. Geil. Boah, Alter. Was geschafft. Oh nein. Warum schießt du mich denn an? Weil ich fast tot bin. Alter, das war so knapp, ne? Der Alien-Schuss. Der hat aber ne Range. Damit treff ich eh nicht. Aua. Warte. Leute, bitte. Ja. Waddle. Hey, alle auf mich. Ja, nice. So, Leute. Wir können alles in Frieden klären. Hallo. Alter, alles ab. Als er getroffen hat. Und jetzt noch draufreden. Alter. Was ist anders? Ich hab Manu getroffen und auf einmal war sein Model nur mit einer T-Pose in der Luft und ist runtergefallen. So zwei Sekunden später. Oh, da war ich bei mir an der Säule. Valette, du hängst ja immer noch da. Ja, hier ist cool. Ich warte eigentlich da drauf, dass du versuchst, mich hier rauszukicken. Scheiß Camper, ey. Ihr seid ja erbärmlich. Wow. Ich geh nicht mehr dazu. Ich wurde von meinem Clan verspult. Valette auch. Hat scheinbar funktioniert. Aber das war jetzt hier auch. Oh, hey. Wie geht's dir? Hä? Wo hab ich denn ihn geschossen? Hallo? Du kriegst mir da einen Schuss von hinten, ey. Was ist denn los hier? Und jetzt werden wir noch eine kleine Runde Arena-Wall spielen. Aber das ist wieder das mit dem Turm in der Mitte. Was ist denn das Aufgabe? Uns gegenseitig zu töten. Aber wo seid ihr? Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ja, wir waren nicht fertig. Ja klar, wie steckt. Ja, ich renne. Danke. Komm, lass den Sandwichen. Oh Gott, ich hab die Wings. Lecker. Oh Gott. Ich hab mal Arne. Nein, 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 nein. Ich will nicht fliegen. Oh, ich fliege nicht fliegen. Die Wann. Die Dürfen. Die Flammen. Tod. Nein, jetzt hab ich dich. Aua, das tut weh. Auf zwei Reifen, auf zwei Reifen. Ja. Hä? Ach. Warte, ich hab nicht leh. Was ist denn das hier für ein Sandwich, Leute? Können wir, können wir zu den Flammen fahren und dann irgendjemand rein schieben? Ja, klar hier. Baller, du schützt. Junge, was ist das für ein Auto? Aua. Mann. Und wieder. Wieder, komm. Alter. Oh Mist. Nein, hör doch auf. Zack auf, Maurado. Auf dich. Au. Nicht die Dosen. Kein Bock mehr. Ich hab dich gerettet. Ich spring hier rüber. Ja, ich auch. Zack, Alter. Ich komm mit. Und wieder überschlagen. Ja, das macht der Wann echt gerne. Zack. Flatsch. Aua. Was ist das, ey? Ja. Oh, guck mal hier. Oh, leckere Flammen. Will die Flack da auch. Ja, ich auch. Oh, kann man nicht. Nein. Du bist son. Du. Was? Alter, Alter. Ich bin tot. Wie wir schon machen, mach das denn. Oh yeah. Oh yeah, für die Ladies. Oh yeah. Da bin ich. Aber wo ist mein Hut? Oh, wir hatten da das Hühnchenkostüm auf. Und los. Ist es ein Rennen? Ja. Ja, das ist ein Checkpoint. Oh, mit Ram. Ne, Moment, wir können uns nicht. Jetzt können wir ins Ram. Ah. Wie viel Schaden habe ich schon? Und warum? Hey, warum ist Sommel so schnell? Sommel ist fast down. Und ich auch. What? Wir haben so Reifenschredderer, glaube ich, an den Seiten. Stimmt. Oh nein. Tschüss. Palette ist irgendwie 1000 Kilometer vor uns. Ja, irgendwie schon. Depp, depp, depp. Wenn 30 streiten. Und sich voll in die Palette. 15 Runden. Warte, ich fahre hier einmal in die Box. Ich gucke mal, was die Box bringt. Bleib stehen um dein Fahrzeug. Achso, hier kann man sein Fahrzeug reparieren. Ah, what? Aber es bringt bei mir nichts. Ja, bei mir aber. Ich bin halb tot. Ah, hier. Ja, ja, ja. Oh, ich habe irgendjemanden überholt, weil er in der Box stand. Bleib stehen um dein Fahrzeug zu reparieren. Du bist eine Runde vor mir jetzt ungefähr. Ja, da kam Palette. Oh, ich bin plötzlich Platz 2. Ah, es kommen Fallen auf die Strecke dazu, oder? Scheinbar schon. Ja, also da musst du dann trotzdem eher mit 15 Mann spielen, damit es wirklich interessant wird. Aber wir haben ja keine 15 Freunde. Ja, und wenn man random Leute einlädt, kommt nie einer. Was halt krass ist, weil das ist mega beliebt, da spielen richtig viele Leute, aber keiner geht rein. Kaputt. Alter, wie viel? Mein Comeback, Leute. Wooo. Da bin ich. Hey, hallo, Manny. Hey. Alter, ihr seid ja echt alle beieinander. Ja, weil ich gewartet habe und mich gegltert habe. Aber man hat bestimmt zwei Runden mehr, oder? Ja, ja. Oh, oh. Blitzer. Nein, aktiviert das doch nicht. Boah, Tommy ist durch die Wien ge... Nein, er dreht mich. Ja, er ist da. Perfekt, perfekt. Er hat mich gedreht. Aber mein Manny ist trotzdem noch eine Runde. Ja, Tommy, dich bekomme ich. Nein. Ja. Hast du die Lunge gemacht? Hälfte Leben. Ja, ich habe mich gerade getötet. Und was ist mit Palette hinter mir? Ja, Palette. Erster Platz. Du musst dieses Drehrad verlassen, dann... Du musst ihn töten, Manu. Das ist deine einzige Möglichkeit. Ja, ich weiß. Du musst zu ihm gehen und töten. Warte, je nachdem auch auf ihn. Jetzt, er kommt, er kommt, er kommt. Du musst jetzt raus. Oh nein, er kommt von hinten. Oh, er geht auch heilen. Lol. Dich töte ich hier. Du mieser Harald. Geht nicht. Na toll. Fahrzeug zu starten. Dann kannst du vielleicht noch eine Runde fahren. Ja, ich überhole ihn jetzt. Was will er machen? Oh, er ist losgefahren. Er ist losgefahren. Oh nein. Dreh um. Ne, ich dreh nicht um. 14 von... Oh nein. Nein. Das ist seine letzte Runde. Du musst umdrehen. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ja, ich habe ihn. Nein. Bist du durch? Er hängt an dem Baum. Oh Gott. Oh nein. Ja. Ja. Oh ja. Windschatten. Ich kriege sogar Windschatten. Ich höre es. Nein, da ist er wieder. Oh nein. Der Drew. Lol. Oh lol. Er ist weg. Du hast versagt. Nein. Was? Unfair. Unglaublich. Unfair. So schon mit Paluten. In GTA Online. Manu, das Rennen überhaupt noch beenden? Ne. Oh, da ist ja das Ziel. Ich schaff es noch. Da ist es. So und jetzt guck mein Outfit an. Da. Wie hoch bin ich bitte? Hä? Okay. Dann schaut in die Videobeschreibung. Da sind alle verlinkt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Bis dann. Bis dann.